Geschichte des zweiten Kreises mit den beiden Hunden Hierauf sprach der zweite Alte mit den beiden Hunden also. Folgendes ist meine Geschichte, o Geist. Diese zwei Hunde sind meine zwei Brüder. Wir waren, als unser Vater starb, drei Brüder. Er hinterließ uns dreitausend Dinare. Ich eröffnete einen Laden und kaufte und verkaufte, ebenso meine Geschwister. Es dauerte nicht lange, da verkaufte mein ältester Bruder, einer dieser Hunde, alles, was er im Laden hatte, für eintausend Dinare, kaufte verschiedene Waren mit diesem Gelde ein und reiste weg. Er blieb ein volles Jahr aus. Eines Tages, als ich in meinem Laden saß, stand er bettelnd vor mir. Ich sagte, »Gott helfe dir!« Da sprach er weinend, »Kennst du mich nicht mehr?« Ich betrachtete ihn näher und sah, dass es mein Bruder war. Ich hieß ihn willkommen, trat mit ihm in den Laden, fragte ihn, wie es ihm ginge, und er antwortete mir, »Frage mich nicht, denn es ist mir schlecht ergangen. Alles Geld ist dahin.« Ich brachte ihn dann ins Bad, gab ihm eines meiner Kleider anzuziehen und nahm ihn zu mir. Als ich nun meine Rechnungen über mein Geschäft in Ordnung brachte und fand, dass mein Kapital von eintausend Dinaren sich verdoppelt hatte, so teilte ich es mit meinem Bruder und sagte ihm, »Nun denke dir, du seist gar nicht abgereist gewesen.« Er nahm das Geld voller Freude und eröffnete wieder einen Laden. Ich lebte so viele Tage und Nächte, da ging mein zweiter Bruder, der andere Hund hier, verkaufte auch, was er hatte, sammelte sein Vermögen ein und wollte ebenfalls eine Reise machen. Wir rieten ihm ab, er bestand aber darauf, reiste mit einer Karawane fort und blieb ein volles Jahr aus. Dann kam er in demselben Zustand wieder zu mir wie sein älterer Bruder. Ich sagte ihm, »Wie, mein Bruder, habe ich dir nicht von deiner Reise abgeraten?« Er erwiderte weinend, »O, mein Bruder, es war so meine Bestimmung! Nun bin ich arm, ich besitze keinen Dirham, ich bin nackt und habe kein Hemd.« Ich nahm ihn dann, o Geist, mit mir ins Bad, gab ihm eins von meinen neuen Kleidern anzuziehen, ging mit ihm in meinen Laden, wo wir aßen und tranken. Hierauf sprach ich zu ihm, »Ich will nun wie alljährlich die Rechnungen schließen, und was ich gewonnen, will ich mit dir teilen.« Hierauf, o Geist, machte ich die Rechnung von meinem Geschäft und fand zweitausend Dinare. Ich dankte dem erhabenen Schöpfer, gab eintausend Dinare meinem Bruder und behielt eintausend für mich, und mein Bruder eröffnete aufs Neue einen Laden. So lebten wir einige Zeit, da kamen meine Brüder zu mir und wollten, daß ich mit ihnen reise. Ich weigerte mich und sprach zu ihnen, »Was habt ihr bei euren Reisen gewonnen, so daß auch ich einen Gewinn erwarten könnte?« Ich gab ihnen kein Gehör, und wir blieben wieder in unseren Läden und handelten. Sie aber schlugen mir alle Jahre von Neuem vor, mit ihnen zu reisen. Ich wollte nie einwilligen, bis zum sechsten Jahre, da sagte ich zu ihnen, »Seht, meine Brüder, ich will wohl mit euch reisen, doch will ich zuerst sehen, was ihr an Vermögen habt.« Als ich suchte, fand ich nichts bei ihnen, denn sie hatten durch Essen, Trinken und allerlei Gelüste alles verschwendet. Ich sagte ihnen kein Wort, machte die Rechnung von dem, was ich an Geld und Waren im Laden hatte, und fand sechstausend Dinare. Dies freute mich, und nachdem ich zwei Teile daraus gemacht, sagte ich zu beiden, »Hier sind dreitausend Dinare für euch und für mich, daß wir damit handeln.« Ich vergrub dann die übrigen dreitausend Dinare für den Fall, daß es mir ginge, wie es meinen Brüdern ergangen, damit ich wieder dreitausend Dinare fände, um einen Laden eröffnen zu können. Es waren beide damit zufrieden. Ich gab jedem eintausend Dinare und behielt tausend für mich. Wir kauften die nötigen Waren ein, bereiteten uns zur Reise vor, mieteten ein Schiff und reisten, auf Gott vertrauend, Tag und Nacht und Nacht und Tag. Ich reiste nun einen Monat lang auf dem Meere mit meinen Brüdern, diesen beiden Hunden, da kamen wir vor eine große Stadt. Wir gingen hinein, verkauften unsere Waren so gut, daß wir an einem Dinare zehn gewannen. Damit kauften wir andere Waren ein und wollten abreisen, da fand ich am Ufer des Meeres ein Mädchen mit zerrissenen Kleidern. Es küßte meine Hand und sagte, »Mein Herr, tu mir einen Gefallen, du wirst dafür belohnt werden, der Schöpfer wird mir wohl die Mittel verschaffen, dir deine Wohltat zu vergelten.« Ich sagte zu ihr, »Gut, ich will dir einen Gefallen erweisen, ohne daß du mich dafür zu belohnen brauchst.« Sie sprach hierauf, »Heirate mich und schenke mir Kleider und nehme mich mit als deine Frau. Schon besitzest du mein Herz, sei daher wohltätig gegen mich, ich werde dich dafür belohnen. Lass dich nur von meinem armseligen Zustand nicht abschrecken.« Als ich das hörte, bekam ich nach Gottes Eingebung Mitleid mit ihr, ich nahm sie mit aufs Schiff, machte ihr ein Lager zurecht und näherte mich ihr. Wir reisten Tag und Nacht. Ich liebte sie immer mehr, denn sie war schön wie der Vollmond am Himmel. Ich war stets um sie und vergaß durch sie meine beiden Brüder, diese Hunde, ganz. Sie aber waren neidisch und gönnten mir mein Glück nicht, auch waren sie nach meinem Vermögen und Wohlstand lüstern, daher sprachen sie davon, mich umzubringen, denn der Teufel hatte ihnen diese Tat schön vorgemalt. Als ich nun in einer Nacht mit meiner Frau fest schlief, nahmen sie uns beide und warfen uns ins Meer. Aber meine Frau verwandelte sich sofort in einen Geist und trug mich auf eine Insel. Als Gott Tag werden ließ, sprach sie zu mir, »Nun, mein Gatte, habe ich dich belohnt, indem ich dich vom Tode befreite, wisse, dass ich zu den guten Genien gehöre, die alles im Namen Gottes tun. Als ich dich am Ufer des Meeres gesehen, liebte ich dich sogleich und ging zu dir in dem Zustande, wie du mich sahst, erklärte dir meine Liebe, und du nahmst mich auf. Jetzt aber muss ich deine Brüder umbringen.« Als sie so zu mir sprach, war ich über ihre Handlungsweise sehr erstaunt. Ich dankte ihr und bat, sie solle meine Brüder nicht umbringen, sonst würde auch ich sterben. Ich erzählte ihr hierauf alles, was mir schon mit ihnen widerfahren war. Als sie meine Erzählung angehört, erzürnte sie sich heftig gegen sie und sagte, »Sogleich soll ihr Schiff untergehen, damit sie umkommen.« Ich bat sie bei Gott, dass sie dies nicht tun möge. »Es gibt einen Spruch,« sagte ich, »vergelte Böses mit Gutem. Es sind ja doch meine Brüder.« Hierauf drang ich in sie und mäßigte ihren Zorn. Sie hob mich in die Luft und flog mit mir so hoch, dass man uns nicht mehr sehen konnte. Dann ließ sie mich auf das Dach meines Hauses nieder. Ich ging ins Haus hinunter, grob die dreitausend Dinare aus der Erde und öffnete meinen Laden wieder. Als ich abends, nachdem ich alle Leute vom Markte gegrüßt, in mein Haus zurückkehrte, fand ich diese beiden Hunde dort angebunden. Als sie mich sahen, seufzten sie mir zu, hingen sich an mich und vergossen Tränen. Ich erschrak darüber und wusste nicht, was vorgefallen. Da kam meine Frau und sprach, »Mein Herr, hier sind deine Brüder.« Ich fragte sie, wer so mit ihnen verfahren. Sie antwortete, »Ich habe es über sie verhängt, und erst in zehn Jahren werden sie frei werden.« Hierauf verließ sie mich, nachdem sie mir ihren Wohnort angegeben. Nun sind die zehn Jahre verstrichen, und ich machte mich mit ihnen auf den Weg, damit sie erlöst werden. Hier fand ich nun diesen Mann und diesen Greis mit der Gazelle. Ich erkundigte mich nach dem Zustande des jungen Mannes. Er erzählte mir, was ihm mit dir widerfahren, und ich beschloss, nicht von hinnen zu weichen, bis ich sehe, was unser Herr, der Geist, dem Manne tun wird. Dies ist meine Erzählung. Ist sie nicht wunderbar?« Da sprach der Geist, »Ich schenke dir das Dritteil seiner Schuld.« Der Dritte Greis trat nun hervor und sprach also, »O, du Geist, mein Herr, du wirst mich wohl nicht betrüben und mir auch ein Dritteil seiner Schuld schenken, wenn ich dir meine Geschichte mit diesem Maultier erzählt haben werde, die noch wunderbarer und befremdender als die Geschichte dieser beiden ist.« Erzähle, versetzte der Geist, und der Greis hub an.